Hallo, wir sind jetzt gerade in der Limo von der Eventagentur Hannover. Wir holen jetzt drei Mädels ab und fahren danach ins Palo Palo, denn da ist DJ Meeting angesagt. So, wir sind jetzt in der Limo von der Eventagentur Hannover. Und wir haben hier drei Mädels. Wer seid ihr? Mein Name ist Pearl. Hi. Hallo, Xenia. Wohin geht's? Wisst ihr Bescheid? Ja, wir wissen Bescheid. DJ Meeting und Geburtstag von einem DJ. Wir wird 18. Und wie findet ihr es, hier in der Limo zu sein? Ich glaube, es ist nett. Könnte man sich dran gewöhnen. Ja, wir sind jetzt in der Limo zu sein. So, du bist das Geburtstagskind, ne? Wie alt bist du geworden? 18. Warum heute in Palo Palo Feiern? Ja, weil das hier mein Lieblingsladen ist in Hannover. Wir hier auch viele Veranstaltungen machen. Und, dass Palo sich spontan bereit erklärt hat, hier so eine Geburtstagsfeier mit einer Kombination von DJ Meeting zu machen. Ja, ich freue mich. Viele gute Leute sind hier. Familie, Geschäftspartner und, und, und. Und, ja, es ist eine gute Stimmung. Und, wie findet ihr die Party? Es ist ziemlich fest, auf jeden Fall. Die Leute sind cool. Der Club ist sowieso cool. Wir sind jedes Mal hier. Also, auf jeden Fall jeden Freitag fast. Und, ja, es ist geil. Ja, ich wollte heute auch unbedingt dabei sein, obwohl ich letzte Nacht nur drei Stunden geschlafen habe. Aber die Party soll dann geht nicht so geil sein. Deswegen bin ich hier. Ich bin ich hier. Vielen Dank.